Mann, warum war die soere Flasche nicht früher, hey? Das hat mega Schaden gemacht. Ja. Ich muss mal mehr auf Leben gehen. Ähm, warte mal, die machen beide auch nicht schaden. Ich hätte es schaffen können, hey. Hätte ich nur mal meinen scheiß Säure-Tall gehabt. Also der Katzix da oben auf der Linde, der macht ja keinen guten Job. Ja, der hättest du erst zuerst aufgetreten, oder erst mit dem Volleyball hättest du es beide geschafft. Ja, man muss uns noch einmal zu trennen, also wir hätten sagen sollen. Ja, wir gehen auf den und dann erst auf Wolli-Ber, weil Wolli-Ber, der macht komm' schauen. Wieso bist du jetzt so schnell? Boah, ey, so geil fang. Ja, ich hab' ja so, ich bin hier hinten auf Katzix gegangen und mein Uli hätte dann beide alles. Okay. Hocken die da drin? Ich geh' rüber. Oh. Köln Köln ist der Geld ist nur Fettmeld dann macht er aus dem Verschüsse brauchen noch zu wollen Wir könnten den jetzt kriegen, du komm, mach drüber den Boah, Alter, ich geh mal besser weg, ey Überlebst du es? Geh doch weg! Ein Gegner wurde getötet. Jetzt hab ich meine Ulti, jetzt krieg ich die Kacke. Ja, kann ich wissen, dass er den getan ist? Na, du hast wohl jemand gekriegt. Ja, aber... Verstrengt das auch mit Level... Level 7 oder was kann er schon? Ein Tauber, wenn man einmal die Chance hat, hinzukommen, kann er das schon durchmachen? Aber was hat er sich entwickelt? Evolutionsstachel rein! Oh, der ist tot? Was macht der ja? Oh, der ist nicht zu. Der blöd irgendwie. Suchen wir uns freundlich! Ja, ey, ich hab's gar nicht gerade aufgepasst, weil ich hab gerade oben auf 100 guckt, aber komisch. Ja, ey, der will einen für den Gang. Wer? Der Rengel. Ja, okay. So knew wir uns freundlich. Dann versuchen wir uns allein an und zu kurzem nicht so schnell wie ein Mensch aufs Gifthof zu kommen und dann mit »The Endgiftung«. Ja. Es gibt doch ja immer schmerzhafte A-D передесst... Okay. Da dann säga ich mal richtig. Ja. Schmerzhaft Entgiftung. das ist immer noch so du gehst auf Tank holen wir mal irgendwie was fürs Leben noch. Ja, ich hol mir jetzt erstmal Relaisern Relaisertalzepter Pass auf, da ist das Wollen wir ankratzen? ich hab's nicht gemacht Blut raus der merkt es so gar nicht, ey Alter, was haben die das Gras wieder hier? also, Ding ist oben du kannst immer noch ziehen er ist auf Katzlitz wo ist denn der da? oh, der Arsch, ey, jetzt geh mal auf den, ey oh, Mann! das muss man giften ja, auf Lux! oh, der hockt im Busch auch wirklich so geht den Busch rein also, in Nen, innen nous dass ins hollow und er ist joking ne ne jetzt schon likelihood WS ich gehe mal kurz hoch er hat sich nicht du gehst hoch das ist aber echt ein bisschen knochenzahm ach so das ist Ranka was hast du denn du für alle das sind immer noch die drei dinge der Wullybeer hat immer wieder zu viel Leben Fluch der Traurigen wir gucken im Busch der wird da gleich ausstürmen ein Verbündeter wurde getötet ein Gegner wurde getötet hm ach der Katzix ist ja da oben ja 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 was hat der für eine Rüstung alter so jetzt will ich mir erstmal hier das Leben ey komm mal kurz runter und defend mal hier die Base ein Gegner wurde getötet ey helft mal hier unten ey oh toll ein Verbündeter wurde getötet ja blutrausch blutrausch ok ja kommt mal schneller kämpft ey komm mal schnell runter ja ich komm halt los verrollst am Arsch ich hab noch zu viel Leben und noch zu viel Mal also geht sie noch nicht vor der Gegner hat einen Turm zerstört können wir angreifen ja suchen wir uns Freunde schau den schon mal oh ey spiel doch mit mir spiel doch mit mir warte ich bin warte ich bin warte ich bin ja er hat einen getötet ja er hat einen getötet schön es geht von mir ein guter Job um dich bis als Team so als zweites kaufen wir uns ein schwarz 3 und dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr ich bin Weltall ist hingekommen ich bin naja nun muss er das ist was wir sind die Vergrößerten klauen die Aufgift Schaffst du. Boah, was ein Arsch. Mach mal den Tower jetzt mal schnell. Schaffst du. Du hast einen fetten Damage. Mach du mal den Tower. Suchen wir uns freund. Schaffst du. Ja, Sarka. Ja, Sarka. Ja, Sarka. Ja, Sarka. Ja, Sarka. Und Wollibär. Gebäckgebäck, Gebäck, Gebäck, all diesen zu trifft. Ja, Sarka. Ja, ja. Johto ja.